In diesem Video lernen Sie Netz-Topologien, Bus-Ring und Stern kennen. Bei den physischen Netzen wird zwischen unterschiedlichen Topologien unterschieden. Nachfolgende erfahren Sie mehr über die folgenden Netz-Topologien, Bus-Ring und Stern. Zuerst im Bus. Bei der Bus-Topologie sind alle Geräte an einem gemeinsamen Kabel angeschlossen. Möchte nun ein Sender einem Empfänger ein E-Mail senden, wird das Paket wie folgt über das Kabel transferiert. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil der Bus-Topologie ist, dass es eine einfache Verkabelung ist. Es hat aber Nachteile. Eine Störung im Übertragungsmedium hat Auswirkungen auf das komplette Netzwerk. Fällt also das Kabel aus, funktioniert kein Computer mehr. Und dadurch, dass es nur ein Kabel hat, ist eine hohe Kollisionsgefahr vorhanden. Zum Ring. Bei der Ring-Topologie sind alle Geräte in einer geschlossenen Schleife angeordnet. Will ein Computer Daten senden, muss er bis zum Eintreffen des freien Token, der im Ring kreist, warten. Wir haben nun einen Sender und einen Empfänger. Möchte er nun eine E-Mail senden, wartet er bis ein Token frei ist und dieses wird dann wie folgt transferiert. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es gibt keine Kollision von Datenpaketen, weil das Token regelt. Allerdings sind teure Netzkomponenten im Rechner notwendig. Zum Stern. Alle Computer sind an einem zentralen Punkt angeschlossen. Im Mittelpunkt des Sterns steht ein Verteiler. Hier als Beispiel eine Switch. Die Computer sind wie folgt verteilt. Auch hier möchte nun ein Sender einem Empfänger eine E-Mail senden und diese wird nun über die Switch direkt an den Empfänger geleitet. Auch das hat Vor- und Ausfall eines Rechners gibt es keinen Netzausfall. Es ist sehr einfach zu erweitern. Allerdings beim Ausfall des Netzes, beispielsweise die Switch steigt aus, fällt auch das Netzwerk aus. Hier noch die Zusammenfassung.